Und David gegen Goliath. Zwei Herzschüsse. Wie viel Schüsse? Zwei. Ich würde sagen, das sind drei Herzschüsse. Die gingen ins Leben. Komm mal her, stell dich mal vor den Bären. Dann sieht man mal, wie groß der Bär ist und wie klein du bist. Hier, nach dem Feiertel schieße ich eben noch mal. Ich habe mich fast aufs Net gelegt. So, stell dich mal vor deinen Bogen. Bogen nimmt man mit als Jäger. Ein Bär in Originalgröße, ein großer Grizzly, ein Kodiak. Max, und jetzt hol dir mal deine Pfeile raus. Und jetzt holen wir die Pfeile raus. Und jetzt holen wir die Pfeile raus. Dann spüren wir die Pfeile raus.